Jetzt ist es reingelaufen, ne? Jetzt ist es reingelaufen, ne? Okay, Jungs. Bis später. Ah, das ist krass. Jetzt bist du dabei. Ja, ja. Ah, hau ab, ey. Scheiß Zweitakter, ey. Wir werden alle verschossen. Was wir heute wieder alles zu erzählen haben, das wird mal wieder herrlich. Ja, wir sind halt alle nicht so geil wie wir. Aber ganz ehrlich, beide sind halt auch anders aus. Das ist aber nicht so geil. Trotzdem geil. Ja. Ja. Ich seh nicht, ich hab jetzt gerade die Brille. Achtung, die ist total. Ja, aber guck mal, hier ist alles gestreut, frisch und sowas. Macht doch nichts. Wenn die schwarzen Pfeile ausmachen, dann haben die halt einfach nichts. Ja. Markus, ist mein Heck halbwegs fest? Mein Heck, mein Händleichen ist halbwegs fest. Okay, wunderbar. Kann so ruhig klapper sehen. Achtung, Autos. Und zwei. Ah, Kacke. Ja, was glaubst du, was mein Benzin hat gerade? Tuh. Ja, ich fahr jetzt unschlüssig zwischen der ersten und der hier, aber die ist hier geholt rasant auf. Eigentlich hat sie sie schon überholt, muss man ehrlich sagen. Ja. Jaja, genau. Ich mein, wir sind hier auch schon auf uns zu Kosten gekommen. oder auch schon auf uns zu sehen. Ja, genau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie stehen kaputt hier Können wir das bitte jede Woche fahren? Das ist ja nur eine Mini-Fluhr, weißt du. 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 Achtung, ich löse mich auf. Die Reifen halten halt mehr aus, als ich wollte. Ja, ich habe den vorher abgemacht, weil ich an dem scheiß Linker natürlich wieder gemacht habe. Dann habt ihr ihn hier wohl nicht baubar rein. Das habe ich jetzt davon. Ja, der ging ja nicht baubar rein. Ah, jetzt. Da waren wir in einem Mittelpunkt. Gleich weiter. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das ist ja nur so. Aber mit mehr Fällen. Ah, Kacke. Ich bin hier eng geblieben. Ja, besser vielleicht. Ja, geht auch. 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 Ja, geht auch runter. Ich habe YouTube-Videos gesehen, leider nur von Quad-Fahrern. Die kommen natürlich hier nicht rum. Deswegen habe ich das hier noch gar nicht gesehen. Positive Überraschung. Ja, ja, die filmt, die kannst du Zeit. Solange die Batterie halt geht, film ich. Ich habe noch einen Ersatz-Akku. Mal undispiele. Ich habe noch ein bisschen mehr gesehen.